Sie sorgen für die eine oder andere schlaflose Nacht. Aber was sind Wachstumsschmerzen eigentlich? Und vor allem, was hilft? Tatsächlich weiß man bis heute nicht ganz genau, wodurch Wachstumsschmerzen eigentlich entstehen. Genetische Ursachen, Hormone, wachsende Knochen, vermehrte Schmerzwahrnehmung oder auch mal Stress oder Kummer können mögliche Ursachen sein. Wichtig ist auch, dazu kommt später nochmal mehr, dass Wachstumsschmerzen eine sogenannte Ausschlussdiagnose sind. Also nur, wenn man weiß, dass die nächtlichen Schmerzen keine andere krankheitsbedingte Ursache haben, sind es Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen können viele Kinder betreffen. Also von zwei bis zwölf Jahren ist das möglich. Besonders häufig treten sie im Grundschulalter auf. Hier sind ungefähr ein Drittel aller Kinder ab und zu davon betroffen. Klassischerweise treten Wachstumsschmerzen in den Beinen auf. Also vor allem so Waden, manchmal auch Schienenbeine, manchmal die Vorderseite der Oberschenkel, in manchen Fällen auch die Arme. Oft können Kinder gar nicht genau sagen, wo die Schmerzen überhaupt herkommen. Wichtig ist, sie treten nie in den Gelenken auf. Die Kinder klagen eigentlich immer über Schmerzen auf beiden Seiten. Entweder gleichzeitig oder abwechselnd. Es kommt fast immer abends oder nachts zu den Schmerzen, weil Wachstumsschmerzen sind immer Ruheschmerzen. Bei Belastung, bei Sport, bei Bewegung treten sie nicht auf. Das heißt, tagsüber sind die Kinder fit, haben keine Schmerzen und sind voll belastbar. Wichtig ist auch, die Beine oder auch mal die Arme sehen von außen total unauffällig aus. Und die Wachstumsschmerzen treten unregelmäßig auf. Also zum Beispiel mal zwei-, dreimal die Woche, manchmal ein paar Tage, Wochen gar nicht, dann kommen sie wieder und so weiter. Wichtig ist, bestimmte Warnzeichen zu kennen, wenn man Wachstumsschmerzen vermutet. Denn in seltenen Fällen kann dahinter auch einmal eine Krankheit stecken. Zum Beispiel, wenn die Schmerzen gar nicht mehr aufhören, also wirklich jeden Tag auftreten oder sogar im Verlauf stärker werden. Oder wenn sie streng einseitig auftreten, also immer nur das linke Bein, das linke Knie betroffen ist. Das ist ein Warnzeichen. Wenn dein Kind tagsüber Schmerzen hat, beim Sport, bei Bewegungsschmerzen hat, das sind keine Wachstumsschmerzen. Wenn du Schwellungen oder Rötungen irgendwo an den Armen, Beinen, an den Gelenken siehst, sollte das auf jeden Fall abgeklärt werden. Und ganz klar, wenn dein Kind blasser ist, Fieber hat, Nachtschweiß hat, ist es auf jeden Fall ein Grund zum Arzt zu gehen. Und auch wenn du einfach ein ungutes Gefühl hast oder wenn eigentlich alles wie normale Wachstumsschmerzen aussieht, du aber das gerne einmal ärztlich abgeklärt haben willst, ist das vollkommen in Ordnung. Denn Wachstumsschmerzen treten teilweise jahrelang auf und wenn man einmal weiß, okay, es ist harmlos, es sind nur Wachstumsschmerzen, kann das von großem Vorteil sein. Vielleicht kannst du dich auch noch an Wachstumsschmerzen von früher erinnern. Die sind ganz schön fies. Was immer gut ist, immer hilft, ist Zuwendung. Also Liebe, Kuscheln, Anteilnahme, ich bin da, vielleicht ein bisschen Ablenkung, das ist immer gut. Auch Kälte oder Wärme kann helfen. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, was für dein Kind besser ist. Gut hilft auch oft eine Massage, vielleicht sogar mit beruhigend riechendem Öl. Vor allem an den Waden oder an den Oberschenkeln kann dies sehr wohltuend sein. Manchmal kann es auch helfen, sich vor dem Schlafengehen noch etwas zu dehnen. Zu guter Letzt, wenn dein Kind wirklich nicht schlafen kann, weil es Schmerzen hat und nichts anderes hilft, ist zur Ausnahme auch mal Paracetamol oder Ibuprofen möglich. Ganz wichtig, das sollte natürlich eine Ausnahme bleiben. Und wenn dein Kind so starke Schmerzen hat, dass es sogar Schmerzmedikamente braucht, sollte das auf jeden Fall einmal ärztlich abgeklärt werden. Also, auch wenn sie richtig fies sein können, Wachstumsschmerzen, die keine andere Ursache haben, sind völlig harmlos und gehen mit der Zeit wieder vorbei. Schreib mir gerne in die Kommentare, was bei deinem Kind am besten bei Wachstumsschmerzen hilft. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, eure Nele. Bis zum nächsten Mal, eure Nele.